Ich hatte so gehofft, dass ich die Kinder vor Weihnachten nochmals sehe. Aber morgen fahren sie mit meiner Schwiegermutter in Skiurlaub. Schließlich ist es das erste Mal, dass die Weihnachten in der Entfahler verbringen müssen. Und mir hat sie natürlich nichts erzählt. Deine Schwiegermutter wird es nicht schaden, sie dir zu entfremden. Die vermissen sich genauso wie du sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017